Hau, gehst du dir die Jacken, bitte? Ist der kalt? Was? Nein, der Autoschüssel ist drinnen. Philipp vom Meer. Wir müssen vorne und wo seid ihr noch in die Schule, gell? Äh, Herr C, sperrt die Zentralverriegelung den Kofferraum auch? Na klar, als Japaner hast du alles herrnmäßig, bitte. Alle Fenster, straßenseitig, gell? Wieso? Bitte, wieso, wieso haust du den Kofferteckel zuhörst? Ja, und wieso sperrst du das Auto zu? So, schauen wir, welche ist die bülkste Scheibe? Die Bremsscheibe. Philipp, bitte geh weg, bitte. So. Herzi, sollten wir nicht lieber den ÖMTC rufen? Margit, stell dich einfach nur weg. Stell dich bitte weg. Ja? 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 Ja?